Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt heute ein Speed-Bild mal wieder nach einiger Zeit und es ist nicht einfach nur ein Speed-Bild, es ist ein renovierendes Haus, was ich in der Galerie gefunden habe. Denn ich wollte schon mal ein bisschen daran arbeiten, was man vielleicht machen könnte, wo man eventuell mit der Huna Baby Challenge irgendwann hinziehen könnte. Und ich habe dieses Haus gefunden. Oben links seht ihr ja auch den Namen. Also wenn ihr das Haus auch downloaden möchtet, das Originalhaus, dann könnt ihr einfach danach suchen, I guess. Also ich denke, man wird das noch finden. Ich fand es halt schön und dachte mir so, okay, daraus könnte man vielleicht was basteln. Außerdem hatte ich einfach mal wieder Lust zu bauen und konnte da mal richtig gut abschalten. Ich habe, glaube ich, drei Stunden oder so gebraucht. und ich war sehr, 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 sehr zufrieden. Also ich bin auch immer noch zufrieden, okay? Also ich konnte einfach komplett abschalten. Ich habe die Zeit total vergessen. Deswegen, es war halt einfach mal wieder schön, so richtig entspannt zu bauen. Und ja, ich bin halt auch sehr zufrieden mit dem, was halt jetzt letztendlich daraus geworden ist. Und ja, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wir wirklich dann damit dahinziehen werden. Das Grundstück habe ich jetzt in Samayshuno platziert. Ich habe auch im letzten 100 Baby Part gesagt, dass wir dahinziehen werden. Und ich habe euch auch schon gezeigt, wie viel das kosten wird. Es wird halt auch eine Weile dauern, bis man das leisten könnte, weil es kostet eben 160.000. Und naja, das ist halt schon ein bisschen was an Geld, ne? Ich meine, unsere gute Melody Monshine, die verdient mittlerweile schon ganz gut mit ihren Büchern. Aber dennoch ist das nicht genug, um jetzt innerhalb der nächsten paar Tage vielleicht schon ein neues Haus kaufen zu können. Also, ist vielleicht ein bisschen schade, aber was wir da machen, ich denke, es wird schon okay sein. Weil ich meine, letztendlich werden wir dann in dem Haus wahrscheinlich noch länger, länger Zeit verbringen. Weil ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit dem Haus und keine Ahnung. Also klar, es fehlen vielleicht eventuell noch so, in der von sich fehlen, Kleinigkeiten. Aber das ist schon okay, denke ich, weil ich meine, wir können ja immer noch was hinzufügen. Das ist jetzt ja nur das Grobe, was ich dachte, hm, das könnte man vielleicht gebrauchen, das könnte man vielleicht mit einbauen. Und damit wäre ich vielleicht ganz glücklich, wenn es so da wäre. Und, ähm, ja. Ich habe halt ewig vor allem nicht mehr gebaut, so, ne? Deswegen, bitte judge mich nicht, wenn ich irgendwas komisch mache oder so. Weil, ja, ich bin halt nicht so geübt im Bauen. Ich habe halt ewig nicht mehr gebaut. Nur ab und zu halt mal so Sachen jetzt halt so platziert, zum Beispiel im Baby-Challenge-Haus oder so. Wo man sich so denkt, ja, okay, wir haben jetzt halt auch nicht so viel Geld, um richtig einzurichten. Deswegen, ja, hier habe ich natürlich mir schon rausgenommen, Sachen zu nehmen, äh, wie zum Beispiel halt, äh, einfach mal viel Deko zu platzieren. Also, ich habe jetzt nicht so viel Deko platziert, aber, ne, einfach überhaupt Deko. Und natürlich wird es dadurch halt teurer, so. Deswegen, äh, muss man halt gucken. Äh, aber dementsprechend dauert es halt auch einfach lange, bis wir halt neues Dings, bis wir uns was Zeit leisten können. Ähm, was ich vergessen habe zu platzieren, zum Beispiel. Ich würde halt trotzdem gerne diesen Mülleimer behalten, ähm, den wir halt haben, wo man halt Geld für kriegt, wenn man Sachen wegwirft. Den habe ich vergessen zu platzieren. Äh, auch gut, aber, ähm, lässt sich ja alles nachholen. Genauso wollte ich auch eigentlich eine Videospielkonsole platzieren. Aber das, das kriegen wir alles hin. Vielleicht ist es halt erstmal nicht da, aber ich meine, dass, ähm, wir können es uns eh gerade nicht leisten. Es dauert noch eine Weile, bis wir das Geld dazu haben. Und, ähm, bis dahin, äh, müssen wir ja dann sowieso, wir werden dann halt erstmal wahrscheinlich ohne damit auskommen. Aber, äh, wenn wir dann eingezogen sind, werden wir ja immer noch Geld verdienen. Und dann können wir uns das immer noch leisten irgendwann. Und dann wird das schon sowas. Auf jeden Fall ist das Haus sehr viel wohnlicher. Ja, und außerdem habe ich nicht mehr dieses, oh, ich muss die ganze Zeit drauf achten, äh, dass man dann die Kinder wieder nach oben bekommt. Und, äh, also die kleinen Kinder, die noch nicht die Treppen steigen können. Und die laufen 24-7 die Treppen hoch und runter und wollen dann Sachen da platzieren und keine Ahnung. Und das hat mich ja schon hart genervt. Also mich nerven Treppen in Sims sehr. Vor allem jetzt in dieser Challenge. Deswegen habe ich mich halt dazu entschieden zu sagen, okay, wir, ich nehme jetzt auf jeden Fall ein Haus, wo halt nicht so viele Treppen sind. Und, äh, beziehungsweise, ja, nein, einfach gar keine. You know? Und deswegen, äh, es sind in dem Haus halt auch keine Treppen. Es, es, es wird schon uns ganz gut tun, glaube ich. Also, beziehungsweise halt außen sind Treppen. Aber, das werden wir schon überleben, dass außen Treppen sind, okay? Es ist, es ist okay. Aber, mehrhin halt drinnen nicht, weil ich meine, die kleinen Kinder können halt da und wenigstens alles erreichen. Und, äh, die ganzen Leute laufen nicht 24-7 hoch und runter. Das ist halt auch ganz angenehm. Und, ähm, ja. Also, mir gefällt übrigens die Küche richtig gut. Ich finde sie einfach, sie ist, sie hat so diesen modernen Touch und das ist so, wow. Das gefällt mir halt richtig gut. Das ist einfach genau das, was ich mag, so. Wir haben jetzt übrigens ein Badezimmer mehr. Also, wir haben jetzt drei Badezimmer und nicht nur zwei. Weil, äh, je mehr Badezimmer, desto besser eigentlich. Also, theoretisch könnte man auch acht bauen, aber, hm, muss es nicht unbedingt sein, ne? Ich habe halt die beiden Zimmer halt genau identisch irgendwie versucht zu gestalten, weil, hm, keine Ahnung. Irgendwie fand ich das schön. Ich weiß nicht. Manchmal muss das einfach sein, okay? Ähm, ja. Also, ich fand es einfach gut, wenn die halt identisch werden, letztendlich. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich es jetzt genauso toll fand. Aber, irgendwie gefällt es mir halt sehr gut. Deswegen, äh, habe ich mich halt dafür entschieden. Bitte datscht mich dafür nicht, okay? Ja, genau. Ähm, wollte ich noch irgendwas ansprechen? Ich glaube nicht. Wenn, also, nichts sehr krass Spannendes. Also, wenn ihr Interesse an der Hunde-Baby-Challenge habt, dann, ähm, könnt ihr euch das natürlich angucken. Ich werde die Playlist hier in der Endcard auch verlinken dann. Wenn, äh, ihr Interesse habt halt. Also, ich bin auf jeden Fall, also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Weil, ihr macht die Challenge sehr, sehr viel Spaß. Und ich gebe mir halt auch echt viel Mühe halt mittlerweile. Also, gebe ich mir sowieso mit meinen Videos, okay? Aber, ähm, aber vor allem in der Hunde-Baby-Challenge versuche ich jetzt halt immer mehr irgendwie noch an Qualität aufzubauen. Und, ähm, ja, einfach halt mir noch mehr Mühe zu geben. Und, ähm, ich denke, man merkt das auch, wenn man sich die Folgen ansieht. Und wenn man die halt auch vergleicht mit den ersten Folgen. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr seht das aus. Ich hoffe, ihr seht, dass, ähm, dass ich mich, dass ich Spaß dran habe und dass ich mich freue. Und, dass das alles halt einfach so gut funktioniert und so weiter. Also, mir gefällt das Projekt auch einfach richtig gut. Also, ich bin richtig glücklich, dass ich das gestartet habe. Weil, ich glaube, ohne das Projekt, äh, wäre es nicht so. Also, ich glaube, dann würde ich halt wieder so mehr so, hm, weiß ich nicht. Weil erst hatte ich mir so gedacht, okay, ich brauche erst eine gewisse Zuschauerschaft, um halt so ein Projekt zu starten. Ähm, weil Serienprojekte halt einfach, naja, meistens eher so sind, okay, die ersten Folgen werden zwar geguckt, aber dann halt gar nicht mehr. Aber, äh, das ist, also, ist klar, die Aufrufe werden mal niedriger und so. Ist halt normal. Ähm, aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es guckt sich jetzt keiner mehr an. Es guckt halt immer so ein paar Leute sich das an. Das ist halt schön. Das ist halt genau das, was, ähm, man sich wünschen würde. Äh, genau. Und, ja. Außerdem ist es ja, es ist zwar ein Serienprojekt und so, aber es ist jetzt halt nicht so dieses, ähm, wo man wirklich jede Folge sehen muss, um zu wissen, was abgeht, so. Weil ich meine, ich gebe jedes Mal am Anfang, äh, einen kleinen Rückblick, was so passiert ist. Und, äh, keine Ahnung, das ist halt schon so genug, was man halt irgendwie wissen muss, so, you know. Also, weil ich meine, ich habe schon bei einigen 100 Baby-Challenges von anderen, habe ich halt, äh, mit reingeguckt, so. Und, ähm, du musst halt nicht alles wissen, um neu in dieses Projekt reinzustarten, so. Du, du musst nicht alle Kinder kennen, äh, um da reinzugucken. Und, ähm, deswegen dachte ich mir so, okay, das ist schon okay, so. Und, ähm, ja, dementsprechend wird das halt auch gehandhabt. Man sieht das ja auch, dass halt trotzdem noch Leute dann so gucken. Das freut mich sehr. Ich freue mich, dass Leute reingucken. Ich freue mich, wenn ihr jetzt noch weiter da reinguckt. Und, ähm, ich freue mich da vor allem mit der Familie jetzt in dieses Haus zu ziehen, weil ich meine, das ist jetzt mal wieder eine komplette Eigenkreation. Besides, dass ich halt das, äh, in den Grundbau da nicht gebaut habe. Aber das ist schon okay. Ich meine, wir wissen ja, dass ich das nicht so gut kann. Deswegen habe ich mich halt einfach ja dafür dann entschieden, dass, ähm, dass ich jetzt einfach nur die Einrichtung mache. Äh, ja. Weil einrichten, denke ich, bin ich ganz gut. Nur, ich kann halt einfach nicht, äh, einen Grundriss bauen. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß auch nicht, wie man die Außengestaltung macht. Jeder hat, äh, Stärken und Schwächen, ne? Und ich meine, ich denke, ich habe meine Stärken im Einrichten. Also, ich denke, es sieht immer ganz gemütlich aus. Und, äh, ich denke, das ist das, was man möchte, wenn man halt in ein Haus zieht. Naja, ähm, ich glaube, das ist sogar, also, die, das Originalhaus, das, glaube ich, sogar für die 100 Baby Challenge von dieser Kelsey gemacht worden. Ähm, ja, also, ich gucke dieses Projekt auch derzeit, weil es ist halt schon ziemlich funny. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch reingucken. Ist auf jeden Fall, also, mir gefällt's. Und, ähm, also, ich glaube halt einfach, dass es dafür erstellt worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es lässt sich ja theoretisch nachgucken, so, ne? Äh, ich glaube, dass es dafür halt erstellt wurde. Und, ähm, ja, letztendlich ist es ja auch egal. Es könnte ja auch alles mögliche andere sein. Und trotzdem, ne? Es ist halt, ich renoviere das Haus ja auch quasi einfach nur. So. Deswegen, ja. Und, äh, ich bin vor allem zufrieden mit, also, keine Ahnung, irgendwie dieses, diese Wohnzimmerecke ist sehr gemütlich, obwohl sie halt nicht viel, äh, hat an Deko oder so. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Ähm, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen minimalistischer, aber es ist halt trotzdem so, ja, einfach genau das, wie man sich halt so gemütlich vorstellt. Und das ist halt einfach, ähm, gut. Übrigens, mich nervt das auch, dass ich die ganze Zeit von Raum zu Raum springe und ich weiß, wo ich weitermachen soll und so. Ähm, I'm sorry. Äh, ich sollte vielleicht in Zukunft einfach mal lernen, dass man erst einen Raum fertig macht, wirklich, und dann erst zum nächsten Raum geht und nicht dieses, oh, da könnte man ja vielleicht noch das hinstellen. Ich sollte mir vielleicht erst mal drei Jahre überlegen, ob man da vielleicht noch was in diesem Raum machen könnte. Und nicht immer dieses, oh, wie wär's damit, ja, ähm, ich muss noch lernen, okay? Ich bin, ich spiel zwar schon lange Sims, aber ich bin vielleicht noch nicht so weit, was es angeht, äh, wie man genau was bauen sollte und so. Also, aber das ist schon okay. Ich mein, niemand muss perfekt sein in diesem Spiel, okay? Und ich hab vielleicht meine Probleme, aber es ist akzeptabel, was man hier in diesem Haus sieht, okay? Und ich bin zufrieden und das ist die Hauptsache, okay? Ähm, ich glaube, am meisten gefallen mir die Kinderzimmer, ähm, sind halt unterteilt in Mädchen und Junge, hab ich mir jetzt halt überlegt. Weil, keine Ahnung, vor allem so im Teenager-Alter, spätestens ist es ja theoretisch schon so, äh, als ob die halt so miteinander in einem Raum schlafen wollen, so. Also, also, es ist halt ganz oft, dass sind die so, ich zieh mich da nicht vor denen um, so, you know? Und deswegen dachte ich so, okay, vielleicht sollte man einfach mal die Räume trennen, so. Würde halt schon eigentlich mehr Sinn ergeben. Und ich mein, wenn die Kinder halt, wenn es halt zu viele Kinder sind, die halt dem einen Geschlecht nur angehören, dann wird schon okay sein, wenn die halt auch mit darüber doch in das andere Zimmer gehen. Wir kriegen da schon hin, okay? Storytelling ist mein Ding. In der Challenge haben wir jetzt nicht so viel Storytelling, aber, ähm, genau, man, 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 man kriegt das schon hin. Ja, mir gefällt das Kleinkinderzimmer auch, also es ist ja quasi nur ein Schlafzimmer für die und dann ist ja nebenan einfach dieses, oh, hier könnt ihr spielen, so. Und ich finde das eigentlich ganz süß, dass das halt auch dann so offen ist, dass man halt die Kinder auch aus einem anderen Raum theoretisch so, äh, beobachten kann, so. Also, also, keine Ahnung, mir gefällt das halt richtig, richtig gut. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Haus, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe. Und, ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall eure Meinung wissen und, äh, ob ihr euch vielleicht auch freut, dass wir mit der 100 Baby-Challenge da einziehen. Weil, ja, vielleicht freut ihr euch halt einfach auch. Wäre ja cool. Also, ne? Huch. Entschuldigung, ich bin jetzt öfter schon an mein Mikrofon gekommen. Ich fand immer, das ist nicht ahn zu schlimm, Leute. Äh, ja. Ich wusste nicht, was ich aus dem Raum genau machen soll, weil es ist halt einfach nur so ein Raum, der nach draußen führt, so. Deswegen, äh, habe ich mich einfach dafür entschieden, dass wir einfach so, das nicht so krass einrichten. Weil, ich meine, wir haben jetzt, wir müssen jetzt schon 160.000 Euro Simoleons zahlen, wenn wir da einziehen wollen. Und, äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, was man sich darunter vorstellt. Ähm, wenn man, wenn man halt, äh, umzieht und wenn man halt noch mehr da reinmachen müsste. Hm. Ich meine, uns fehlen noch so ca. 120.000 oder so, äh, die wir halt sparen müssen. Ich meine, wir kriegen da schon irgendwie hin, so. Aber, trotzdem ist es noch ein relativ weiter Weg. Wir werden noch einige Parts brauchen, äh, um da hinzukommen. Ich hatte mich übrigens für ein Laptop entschieden und keinen normalen PC mehr. Weil irgendwie finde ich, dass das, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie passt es besser zu Melody. Und, ähm, ja, übrigens, ich hatte hier irgendwie so einen Glitch, dass irgendwie alles viel größer ist, als es eigentlich sein müsste. Total komisch, aber ja. Ich hatte auch so ein bisschen vergessen, dass sie halt so einen Arbeitsplatz braucht, kurzzeitig. Und deswegen war ich so, hm, was, wie mache ich das jetzt? Und ich meine, der Raum war halt noch sehr, sehr leer. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass die halt einfach so eine kleine Ecke mit den Raumteilern irgendwie bekommt. Die mir halt auch sehr gefällt. Ich glaube halt, dass, ähm, dass, dass die Lava-Lampe nicht hundertprozentig perfekt aussieht, weil ich glaube, die Lava-Teilchen gehen jetzt durch die durch, weil ich habe die ja kleiner gemacht. Dinge passieren, Leute, Dinge passieren. Aber es ist schon okay, ja. Wir werden es überleben, dass es so ist, aber, ja. Das sollte jetzt nicht unbedingt so sein, aber ich fand, wenn die größer war, dann, ähm, wer, das hätte das zu viel so Platz eingenommen, you know? Weiß ich nicht. Also für den Arbeitsplatz hätte ich mir das sonst ein bisschen anstrengend vorgestellt. Ähm, wenn sie da jetzt die ganze Zeit so, äh, so eine Riesen-Lampe neben sie stehen hat, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht mich einfach, okay? Es wäre schön, wenn ihr mich verstehen würdet. Ich möchte einfach nur einmal in meinem Leben verstanden werden, okay? Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist genauso anstrengend, jetzt die ganze Zeit hier so lange so rumzulabern und sich zu denken, so, was soll ich eigentlich noch erzählen? Es ist ein Speed-Bild. Und ich habe eigentlich schon, ja, zu alles gesagt, was in diesem Haus irgendwie krass wichtig wäre und was ich mir dabei gedacht habe, Dinge zu tun. Und, ähm, ja. Deswegen, keine Ahnung. Also, näh. Es ist halt schon, also keine Ahnung, manche Leute schweifen dann ja richtig ab und haben irgendwelche Themen, wo ich mir so denke, so, wow. Das würde ich mir auch gerne wünschen, dass ich so kreativ bin. Aber das bin ich leider nicht. Ich meine, ich bin im Bauen, denke ich, ganz kreativ. Ich meine, ich habe dieses Ding da hingehangen, diese Leuchtschrift, weil ich mir dachte so, eigentlich ist das ganz cool. Weil, keine Ahnung, so, dieser Flur ist halt da hinten, ne, you know, schon ein bisschen leer gewesen. Deswegen dachte ich so, das ist vielleicht mal eine einzige Mütigkeit, dass sie es noch so vernünftig machen. Aber, ja, wer kennt es nicht? Und ich fand das so übrigens mit dem, voll viele mögen dieses Bällebad ja nicht so. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, deswegen dachte ich so, hm, dieses Spaß, dieser Spaßraum da hinten ist doch eigentlich cute, so. Deswegen, ja. Also, alles außen, bis auf das, was ich heute da eingerichtet habe, ist halt von einer anderen Person. Da könnt ihr auf jeden Fall nach suchen, wenn ihr das möchtet. Ich habe natürlich halt noch die typischen Merkmale, die ich auch unserem jetzigen Haus gegeben habe, dem Grundstück gegeben, damit wir das nicht verloren kriegen. Deswegen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Haus. Ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr von dem Haus haltet. Es ist sehr wichtig, okay? Es ist sehr wichtig. Und, ja, also ich finde es sehr, 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 sehr gemütlich. Ich hoffe, ihr findet es auch gemütlich. Ich hoffe, ihr möchtet da auch mit der 100 Baby Challenge mit eintauchen. Und, ja, ich möchte auf jeden Fall mit der 100 Baby Challenge da mit eintauchen. Jetzt gleich in der Endcard könnt ihr auf die Playlist von der 100 Baby Challenge draufklicken. Und könnt euch da mal, könnt da mal reinschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr die Folgen verpasst habt, könnt ihr die natürlich auch nachholen. Denn ich finde einige Folgen sehr, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. Ich denke, andere werden da auch schon sagen, ja, das kann man sich schon mal gönnen. Oder abends vom Einschlafen oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin ja doch ein sehr ruhiger Mensch, dem man ganz gut zuhören kann, denke ich. Zumindest ab und zu. Nicht unbedingt immer. Aber Dinge passieren. Wisst ihr? Dinge passieren. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann in diesem Haus wieder. Wir sehen uns bei anderen Projekten, bei anderen Challenges, bei anderen Speed Builds. Eben bei der 100 Baby Challenge, wie schon mehrmals jetzt erwähnt. Ja. Oder wir sehen uns auch auf anderen Plattformen. Ihr könnt mir auf Instagram und Twitter zum Beispiel folgen. Das ist in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr da vorbeischauen möchtet. Genau. Werbung am Ende ist doch das, was wir alle immer wollen. Ihr könnt das Video übrigens bewerten und teilen. Ja, ja. Und ihr könnt mich abonnieren. So machen das die Leute doch heutzutage, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.